So Leute, wir sind wieder da und weiter geht's zu unserem nächsten Gebiet. Und dann können wir endlich mal wieder zu ein bisschen zur Story rüber gehen. Das wäre geil. Dann freue ich mich auch schon wieder. Nicht immer nur sammeln und töten und da bin ich schon gespannt. Aber dafür haben wir auch mal eine richtig nice Stufe für uns. Da kann man nicht meckern. Ich bin auch froh, trotzdem, wenn wir es hinter uns haben. Wir müssen nur mal schauen, dass wir vielleicht ein bisschen wegkommen. Aber nur schauen. Ja, nehmen wir einfach den Weg. Nehmen wir einfach mal den Weg. Vielleicht kommen wir da auch schnell da vorbei. Okay, dadurch, dass wir auch schnell reiten können. Weil man kann man bei der Straße. Gehen wir da jetzt zu fähig. Geht's doch nicht. Na, da. Ich bin gleich wie euch gleich zum anderen Herzchen hier gewillt. Wahnsinn. Na, der durch das so. Na, 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 na. Das sollte er schaffen. Ja, ich weiß ja, was er schafft. Das sollte man hinkriegen. Das sollte man hinkriegen. Yes, 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 yes. Das sollte man hinkriegen. Hey, beruhig dich, beruhig dich. Oh, hi. Nein, yes. Und... Reit, 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 so so schnell wie es geht. Merk von dem Hurt, Schwein, boll. Da ist unser Ziel. Auf zum anderen Gebiet. Ah, schön. Hint, 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 hint. Bin gespannt. Vielleicht. Ein goldenes Haargetausch. Das war irgendwie schon extrem. Da vielleicht irgendwie das. Aber da werden wir definitiv eine Schlacht haben. Also da kann keiner was sagen. Oh, shit. Oh, shit. Na, da werden wir definitiv eine Schlacht haben. Gegen die Athene, da müssen wir eine Schlacht haben. Na du? Da ist auch ein Fragezeichen. Achso, das geht ja auch schon fürs Nächste. Ja, ja. Genau, genau, genau. Oh. Wie nett. Wie nett. Hinten. 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 Ah, war wei. War ja sowieso so klar. Schon wie das so ein Lager. Kann das mal auch mal was anderes sagen. Also nur Lager, Lager, Lager. Nee, nee, nee. Beständig nur Lager. Sterbe. Keine Ahnung, das wird gekriegt. Sie werden mich buchen. Ich muss vorsichtig sein. Ja, ich merke's. Tja. Und dann. Alle brennen. Yes. Oh, geil. Oh, geil. Hey, hey, hey. Nicht von hinten. So hat's ein Stepp. Oh, oh, oh. Die wollen uns aber nur von hinten. So wie es. Alter. Schesse. Fick dich, Alter. Oh, ich bin nett. Oh, süß. Äh, ja, würdest du ihn mal treffen? Aha, die Ertaten hab ich schon gesehen. Fick. Oh, shit. Ha. Kleines Arschloch. Iiii, aufgespießt du, Glamawixer, du. Du Spannferkerl, du. Du hast aufgespießt. Süß. Mh. Sexta. Yes. Oh, das war ein bisschen. Oh, älter, wei. Und so, gut so. Die Sani hier auch ein bisschen stärker. Ja, ja, wir kommen ja eh schon, wir kommen ja eh schon, wir kommen ja eh schon, wir bietig. Vorna wird mir eine Inspiration fürs Leben. Und durchsuchen. Ich glaube, ich hab's so das Gefühl, wo unser nächstes Härtchen sein könnte. Ah, wie schön. Wie schön. Oh, wie schön. Wir verpissen uns da mal ganz schön. Yay. Schwer. Kann eigentlich eh nichts passieren. Nicht nur mal die Eier können uns irgendwie was anhaben. Ah, so tief ist das hier gar nicht einmal. Nice. Aber wenn man sich hier mehr bei den Sachen da begeben, dann kann man schneller voran. Was ist das, was das überall so, so niedrig? Krass, das eigentlich noch besser war. Ist klar, wie weniger. No? Guckt nicht auf. Ah, jetzt auch. Komisch. Bleib mal auf mein Bett im Bereich. Ich glaub, ah, so zicke jetzt wird's ein bisschen tiefer. Na, nicht der Mann. Können wir zur Fuß gehen? Oh, nicht schlecht. Ah, ja, ja, jetzt. Na, der heißt Ascha. Unterwegs. Kann's sein, dass da vielleicht irgendwas ist zum Sammeln? Nee. Aber da unten haben wir eine Höhle. Äh, so. Ja, da kommt der jeder dabei. Ha, ha. Da kommt der jeder dabei. Chillig für uns. Richtig chillig für uns. Ähm, zwar auf dem Unterwasser rumgegangen. t das ist ein bisschen auf dem Schatz Blüten alles klar wenn die leuchten alles wird mitgenommen die waffe wir sind er geht sehen die klinik ich bin wenn es sich in der Sackgasse ich habe auch der schatze ist auch gut warte jetzt hat es wieder nur das geräusch macht schade sie hätte jetzt aber auch keinen anderen durchgang das ist ja das warte da ist das das wird aber nur da muss was sein da ist noch ein Durchgang perfekt und fort abgeschlossen irgendwas besonderes habe ich jetzt noch nicht entdeckt ich werde jetzt irgendwas gekriegt haben aber da dürfen wir sicherlich noch nicht zu viel erwarten da ist Andockstelle da ist der ich glaube die Atheners sollten auch eigentlich in dem Bereich leichter zum besiegen sein also quasi schneller für den Angriff bereit das jetzt ich schaue noch kurz ein Hinweis vielleicht gibt es der dann doch noch ne passt da gehts haben wir es gleich auf ja reiten wir von dort aus dann wird es sicher so ein Wege geben darum da muss es ihm ein Wege geben und da sind wir dann wenigstens auch so ungefähr bei der gleichen Höhe dürfen wir halt nur zu weit unten gehen aber Hauptsache wir sind schon so zürger in der gleichen Ebene auch perfekt da ist auch schon der Weg Reite kann auch schon kommen was der weiß und beide gehts gebeinsam mit einer kleinen Reise Wahnsinn und Straße und genießen und Hallöchen Ah da waren wir jetzt schon einmal Hihi Oh ja hätten wir eigentlich ja hätten wir schon Hi Ich will ja viel aus ok ich lass mal wieder na Ah na 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 da eine Kuh aber du musst schon zu mir kommen also wenn dann den schon wenn dann muss es auch nicht so reichen, sondern muss zu mir ein tschüss Patti hi hi ist keine gute Vorstellung für den Söldner der was gerade abfackelt das heißt ich sollte ein paar drachmen geben Ja, jede Drachme, die du entbehren kannst, hilft. Ähm, klar, wüsse ich nicht. Und? Yay, Quest abgeschlossen. So schnell geht's und so schnell geht's auch IP sammeln. Ach du Kacke. Jo, so schnell geht's. Und wieder Banditenlager. Boah, das geht nicht, schafft die Nerven. Bis jetzt sind die tausend Lagerschen sind. Statt tut's mich ja nicht, wenn ich die ganzen Abmux und... Aber trotzdem irgendwie... Okay, da mal. Da mal er. Oh, da haben wir viele Tierchen. Da haben wir auch ein paar, die interessiert mir, aber sowas von gar nicht. Ich muss vorsichtig sein. Ich muss vorsichtig sein. Hier sind viele Wachen. Oh. Ich sehe, was auch noch was ist. Hm. Also wenn sie mit dem Schwein da... ...schwer beschäftigt sind, das ist geil. Ich bin gespannt, wer... Ich glaube, einer krepiert's fix. Einer muss krepieren, weil der Schwein da ist auch nicht ganz so leicht zu erledigen. Ja, wie gesagt. Ich will nicht. Ich weiß nicht. Okay. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... würde ich ihn jetzt töten da gehen wir doch gern durch nicht schlecht da gehen wir gerne ja wie gesagt ich bin in der rülle und versteht die attacke kann ich mal machen ist schon mal auf die sind die frauen Das muss man die töten. Das ist gut. So. Bis. Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Wie nett. Hi. Wie geht's? Ah, scheiße. Oh, wie schön wäre das nicht. Wurzeln auf den Hammer da. Ja, ja. Und flamme an. Hm, geil. Hey, baby, hey. So, dann die Attacke noch. Zusatzleg. Und gamma. Yes. Komm schon. Fuck. Ja, 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 ja. Ah, shit. Die Attacke geht nicht. Du musst doch auflaufen. Oh, Mann, Mann, Mann. Perfekt. Und weit abgeschlossen. Hm. Nächstes Ziel. Ist das. Oh, da haben wir gleich mal ein paar mehrere Fragezeichen. Gehört das dazu? Oder? Nee, das gehört dann zu aller Welt eigentlich. Ja, würde ich eher dazu zählen. Zu der Welt. Also nicht zu der Welt, sondern so. Sie. Bereich. Gott, 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 Scherbach. Man verstehe. Irgendwie. Man versteht schon irgendwie. Weltbereich von See. Dort sind gute Deutsch. Einfach das Seebereich. Der wird extra gemacht. Ah, da haben wir wieder was. Ah, was haben wir denn da? Schönes. So eine Version. Wie das was Einfaches. Kurzes, Knackiges. War geil. Oh, es könnte... Es wäre geil, wenn das das Unternehmen an wäre. Hi. Sei gegrüßt. Wie läuft die Jagd? In letzter Zeit gibt es hier nur wenig zu essen. Seit der Seuche gibt es nicht mehr genug Bauern und zu viele verzweifelte Jäger. Ich versuch's lieber mit Fisch. Klingt vernünftig. Allerdings tummeln sich Haie in diesen Gewässern. Auf die bin ich nicht vorbereitet. Du hingegen wirkst gut gewappnet. Das heißt, ich soll all diese Haie erlegen? Ja. Kein Biest darf übrig bleiben. Nimmst du an? Klar. Ich kümmere mich darum. Ich bin dir so dankbar. Ohne dich würde es nicht gehen. Ich komm wieder, wenn ich alles erledigt habe. Wo sind hier eigentlich Haie in der Nähe? Wo sind eigentlich... Ah, in der ganzen griechischen Welt. Ah, so, na. Das würde mich das mal interessiert. Komm rein, halt. Next, 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 next. Was? Das wasche? Wittel, amsehnlich. Nicht noch mehr Leute. Ah, da ist ihn noch. Hier freut sich keiner, mich zu sehen. Weiß. Ah. Hey, ich muss eigentlich... Ja. Das ist wichtiger. Einmal, zweimal, dreimal, und... Der... Alter Wichser! Stirb. Ich sp- Dach. Ich sp- Ich sp- Da ist nicht nur die Schmutzung, da ist eine Schmutzung. Ja. Oh, echt. Das war's. Warte, 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 warte. Ich sp- der wurde wirklich den bogen neben süß okay ein bisschen er schlüsselt mit dieser mann er hat ich brauche aber das war auch das war die grüße das ist ja schon die 3-fachen schütteln die von ort unterwegs dieser wie gehörten ort unterwegs da ist es gleichzeitig gehen hier auch schabriker der ist ja weiter können zum nächsten fahrer das ist da geht es dann eigentlich gar nicht mehr weiter wenn sie schon hier auch so macht am besten was ist und diese grenze gibt die synchronisation wie man es halt kennt Ich bin gespannt, ob es eine Stadt auch gibt. Mich auch freuen Sie. Stadt. Leer ich mir in ein paar Diepenlager. Vielleicht sogar eine neue E-Mission. Man kann ja nicht wissen. Oh, wie hochgehen denn. Hört sich wieder ganz nach oben. Aber ein Sinn. Los. Okay, er hat sich noch ein bisschen weiter oben. Nein, dann bleib halt da. Bis nicht weiter oben. Dir wurscht. Und was haben wir da? Oh, wilder Bär. Hat sterben? Nein, hat sterben, hab ich gesagt. Und da fällt schon ins Wurst. Oh. Oh, ja, besser. Das ist sterben. Oh. Das war so gehehrend von Kultist. Geil. Na, Alter, was für ein Zufall. Ah, davon haben wir eh gekriegt. Davon haben wir eh gekriegt. Kein Ding, der ist beim Bären. Aber geil, wieder einer weniger. Das ist schon geil. Oh, du, eine Bär kommt die Lauf. Geil. Back. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja In so ein neues Kartistenschweinerli-Richtals. Aha, ein neuer Busen. Da muss ich natürlich extra zeigen. EXCLUSIV wo das war. Da müssen wir dann eh auch hin. Neue Sachen. Schon beim Schifter-Sein auf Maximo machen. Natürlich, natürlich. Geile Maske. Da haben wir ja nichts besonderes. Da. Ne. Shift. Da ist da. Oh, da haben wir ja genau zu viel. 76. Aber geil. Selten aber wichtig. Und wir haben da, bei der rechten. Das ist geil. Und eine richtig coole Maske. Da tue ich das mit ein bisschen Mission. Der eh auch gleich in der Nähe. Bitte wieder eine Weltmission. Wir sind an Land unschlagbar. Aber Seeschlachten sind etwas andere. Das muss mit Sorgfalt erledigt werden. Ja, ja, ja. Die neueren dir Holz sein. Also, wenn wir schon dann... Das passiert einfach lau... 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 dem... Hey, 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 hola. Komm jetzt. What the fuck. Es passiert einfach... Irgendwann passiert das und deshalb... Oh. Ist es... Ist es in der Stadt? Okay. Aber daneben ist eher ein Fragezeichen. Seitdem wir fast da gehabt, da... Gibt es nichts zu tun. Bei dem wird es vielleicht was geben. Ja, sagt das schon. Wird es gut bewacht. Okay. Jetzt erklärt man hin. Das war jetzt eng. Ah, wie ne? Ah, jetzt. Okay. Sind da eigentlich genug... Eigentlich relativ viele. Ich glaube eh nur der... Der einer ist sogar eigentlich... perfekt. Perfekt... Flatter... nein und weg sie mir geil jetzt bauen wir natürlich schade dass es halt nichts ist uns synchronisationspunkt perfekt machen wir das später ich glaube ich gehe damit das so durch dadurch dass man da noch nicht reiten können wenn es dort ein bisschen das ist ja auch ein bisschen weiter oben deshalb beim auch ein bisschen weiter oben na komm her süßer sehr schlechte nachmachen aber okay es war ein versuch wert müssen wir nachschauen ich glaube von 300 holz dann was es dann wieder mit dem nächsten mal beginnen dann hört er schon zu meister oberwolf wo ist besser gesagt ja du war ich bin ein getrockter hauer voll wir können dann auch noch sein sie beherrschen es wäre auch geil bis der früße 6 6 und das haben wir dann das sagt wird jedoch erledigt ist aber nur vorbeikaufen so jetzt kämpfen wir haben unser pferd wir auch nicht machen es war nicht schlecht okay es bleibt in einer gewissen Höhe das wir mit Sitzungspunkt wird Schürze da noch aus tschüss tschüss und aufsitz ja geil aus passt ok bis sie jetzt wieder welche von denen kult oder was heißt heißt und sagt was so fick dich mit dem schuss wasser holst du doch selbst oh nice warte ah scheiße oh shit 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 fuck so ja genau einer weniger perfekt hi süß sehr süß ging es zu dir wenn du die andere Kinder spiel hi einmal einmal ich glaube ich sollte mal kurz zu kennen machen wo wir dann da überhaupt was haben da schatz mehr reicht mehr weil wir haben auch nicht mehr hoppala da drückt mich gern hinten durch die das ist was öfter und da drückt man gern krass von shooter da war es ordentlich gutes erwischt da ich glaube so schnell mit daheim nicht übertreffen können Leute kein neues kahle Tröcken Schade Ui 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 Das kann ein bissl dauern aiser Wer sagt es denn, wieder in Lager, wieder töten. Aha, da können wir sogar einen kleinen Fusch machen, Berna. Das ist gut. Damit die Spartaner dann auch was machen können. Äh, hi, und sterben. Nee, danke. Ja, zack, doof. Dann den beim Eingang, der ist auch voll easy. Dann der, was ich gleich schlafen leckt. Leck zu schlafen und ist gleich hier. Achter Scheiße, geiler Tod. Ja, legen wir sich doch einfach mal hin. Tot. Dann den würde ich mal gern schnappen. Perfekt. Und, tschau. Da ist mal unser erstes Ziel. Dann ist sie hier, müssen wir den gründen. Aber, zweimal, und jetzt die Flaz. Und 100%. Also, machen wir es in der Runde, oder? Ja, springen wir gleich rauf. Ich zähle trotzdem das Gebiet trotzdem noch zu dem. Okay, ja, dann können wir noch. Ja, nee. Das, das, lass mal. Das, lass mal. Das, lass mal. Das kommt dazu. Oh, das ist aber ein bisschen ein weiteres Ziel. Egal. Ein Boot gibt's nicht zufällig. Hm. Na ja, vielleicht treffen wir von dem Herr. Wäre auch geil. Ja, okay, soweit ist es auch wieder jetzt nicht. Oh, ist schön. Oh, na ja, da hätte ich nicht. Da hätten wir halt was gehabt. Hey, egal. Jetzt sind wir ja schon gleich drüben. Ah, auf der kleinen Miniinsel, da wird's da sicher was geben. Ah, da wird sicher so eine Anderksstelle geben für die Antena. Hm. Das wird sicher keine Stadt sein, weil... Hm, vielleicht doch. Na, das glaub ich nicht. Na, das glaub ich nicht. Schau wieder, Partikelager. Ja. Wie wären das jetzt schon ein bisschen zu wenige davon gewesen. Schlafen die alle nur? Schlafen die alle nur? Ach du Scheiße. Ah, aber der Hund. Hm. Der Hund kann's alle aufwecken. Wie ist blöd. Okay. Jetzt sind alle kommen. Oh Gott. Blame. So, der, was mich die ganze Zeit vergiften will. Die Pitcairn mal auf ein hin. Oh, ho, 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 ho. Ha! Arschloch! Brenn, Alter! Muss ja schon schlecht sterben, oder? Solange der brennt. Oh ja, das ist eine gute Entscheidung. Das ist eine gute Entscheidung für dich. Ha! Sogar schon 100! Perfekt! Na ja, kein Wurf. Fragschalten. Yay! Und würden wir sagen, das Gebiet ist erledigt. So, damit wische ich ja genau in dem Bereich. Dann werden wir gleich dort am Sprung vorbeischauen. Leider hat niemand irgendwas Nices droppen lassen. Ah! Ah, so. Opa! Ah, jetzt hätte ich mal fast auf den Stern. Okay, jaja, da wird was eher... Ich hätte mal fast auf der Insel so wird was sein. Aber nee, nicht einmal. Das ist unter Wasser. Ah! Schatz! Cool! 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 Und dann kommen wir auch schon zum nächsten Fragezeichen. Ideal. Lied perfekt auf dem Weg. So ab 100, circa. Und dann haben wir es hier oben, oder? Oh, so ab 100. Gut. So. So, getrückt. Schwingzug. Aha. No word, no word, no word. Ehh, das muss ich aus gehe. Das muss ich ausgehen. Wurde? da haben wir sie mal ganz kurz offen weil dann finden das leichter mit die kurs viel bis wenigstens einfacher so hoffentlich wo haben wir denn perfekt das ist wirklich nichts mehr oder wahnsinn aber der unter Wasser und der effekt da allein dann ist es schon immer zu Leider die Schuhe scheint viele ich hätte Jochen Labor 1 wenn ja das ich denke schon was das für ein ein bereich sein wird entweder eine kleine mini stadt oder schon wieder so ein lager hier aus stadt wird sich immer so deppern dörfer hauptsächlich wieder eine kleine mini stadt fischersdorf gibt es da was nie gibt es leider nix deshalb muss ich gleich dahin widmen aber schon mal erstmals mal ans reich und dann auf unserem pferd unterwegs sein in der hoffnung natürlich dass man jedes frage zeichnet sich haben alter scheiße unser pferd ist aquaman das konnte uns das pferd nicht davor schon sagen dass es unter wasser auch daher kann wie nett dadurch dass ihr nicht auf meiner seite satz dafür dann hat er umgehe super ich bin noch klar wieder weg körper körper die ersten geld der körper 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 und fertig körper körper nicht zu schwer gibt es gar nichts schade 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 hätte ich gerne natürlich alle abgemuchsen wie der leopards es ist ein ganzer heftiger oder aha aber dafür können wir ihn gut treffen ich wollte schon sagen einwand treffen wir mal hab ich noch so ein kleiner mini leopards er kommen jetzt erfüllen wir oh mein gott dieser muff ist so geil dann habe ich mir irgendwie ansatzweise getroffen das ist so schnell und t t heim fährt ihr bestätigt dazu sehr wehgetan ich hab das fette zu weh ja ja der bereich geht dann immer uns der bereich interessiert uns dann immer als zwei vorherzeit gleichzeitig und anführer weiß nicht ob man auch so eine stadt auf das wird immer so schön anzeigt das machen sie so einfach dann wollen wir dann doch nicht wirklich sorgen machen dass ich da irgendwas verkiss aaa na wat dum-dum-dum-dum-dum-dum wir haben alles und sterben der amt der naja er kommt durch er aber kommen schon ich bin ich bin jetzt selber auch also wie wir es damit ich bin jetzt selbst haa haa war mal dabei schiesendig hier du scheiß schwandl haa und weg vom Fenster haa 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 und dann gehen wir schon ins Lager mit der Anführer-Kind haa 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 Wahnsinn Geil Wo denke ich ne Attacke mache Was hier noch nicht aktiv Tschüss Und und Äh Hi Ha So Ja Alter Ich bin wenigstens noch gehabt Jeden trifft's Ah Ja Ja Yes Die anderen interessiert sich keine Kämpfe Oder wie Sie müssen so weit weg von den anderen Geil Geil erwischt Voll Das ist überhaupt kein Wenn die Chefs abgestochen Ha 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 Oh mein Gott wie geil Ich tue sie davon niemanden Boah ist ja so Und halt abgeworfen Ich tue Ich tue das Ich tue das Ich tue das Ich tue das Keine Ja Ja da hat sich jemand Götter Leicher hinkriegt und ja wenn er den Schlafplatz mag wieso nicht aber bis dort teppert den Schlafplatz hätte ich mir neid genommen yes so ist gut komm den Jungs da rauf, wieso gibt's denn das nicht komm den Jungs da rauf, das ist ja so blöd ja, jetzt haben wir den Schlafplatz und das ist natürlich der Sonderarschlaf vom Sondersten der Sonderarschlaf ein Mal aufschließen zwei Mal aufschließen drei Mal aufschließen hier äh leicher und sterben ha ja sogar Start Schatz geil zack 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 das ist gut das ist gut da war auch wieder relativ viel geil durchsuchen und Jode joh ne das Hüschen wie immer na na mal jetzt ha dann die ja klar mal wieder weg was ist bremmer gleich mit nix b scheint gibt es noch mehr dinge zum abfacken aber 1 wird trotzdem noch das ist auch wieder alles muss sicher wieder was zum abfacken sein perfekt da flamme an da will auch gar nicht aber an sind schon wieder gespurt da müssen wir natürlich nur mehr kommen da mal wieder viel holz da haben wir wieder viel holzzahn kriegt hochkopfschuss schaden man hat schlecht weg für mich angreifen wollen r dies vor allem ist aber wieder froh ökete schätze ist nix warst aber ok was so in so wenn du schönes gibt es einmal scheides messer alles das war auch nicht klar das war klar dass das Modell aus der Blick perfekt ah ja definitiv er war viel mehr da ist da ist und noch weiter wo es sogar schon zwei stufen höher es ist so morgen koninkt wie sich die schade für fähigkeiten schlagte die ganze kraft von jungen wieso nicht viele fähigkeiten werden durch hat rennen angetrieben die sich aufbauen und refferland ist erfolgreich auswählen an der fähigkeit dieses das ist mit der fähigkeit zu weisen so dass wir fähigkeiten wie ich nicht unbedingt haben deshalb schiff braucht man ja zu 20 naja auf eureschein gibt es ja auch noch kann ich besser egal was was jedenfalls ich habe dadurch dass wir den anführer gekillt haben baum akab ich keine eroberung machen r und wieso läuft immer weg von mir gibt es nicht so hesslich bin ich auch wieder nicht die karakteren erst recht nicht also hallo hallo aber es lieber an der richtung da ich denke ich hatte es auch hat H1 da wird sich irgendwann eine Mission geben unter Prozent und es gehört er wurde schon wenn man so extrem wie so ein groter da dann schauen wir mal rein da gehen die man auf uns warte gute frage oder bringt schon mal was und das schaut sehr nach einem interessanten eingang aus weil immer wenn da so etwas dreieckiges ist das kann dann schon was gutes bedeuten ja man merkt es jetzt gerade ich bin quasi sehr schwer enttäuscht ja man hat jetzt wirklich etwas extremen erwartet diese scheiß klunker steine kriege ich so oft das ist immer grad ist sowas von scheißegal ich habe jetzt nur aufgibt dass du richtig geiler scheiß lute dabei rauskommt was macht denn der in der höhle ich glaube der lebt daher folter lebt er da kann man viel besser schmieden hat man sehr ruhig hat man wenigstens sehr ruhig da haben wir die liebte Spieler ob ich Gott ob Schmuck aufwölbe das ist ein Leben das ist eine normale Hose Elftige sein gerne Südl lauer holt Joachim Tricks das kann nur lang dauern Kero Fien Komplett runter und naja wenn man sie bei Kopfkörpern auftreten verdient kann und tragen viele sollten sie bei sich nee wäre nicht so viel wir werden zwischen eh nichts ausgeben also außer Holz da werden wir natürlich viel kaufen perfekt und weg mit uns dann haben wir sie mal außen, dann haben wir eklig, da soll eigentlich quasi der letzte zwar sein, vielleicht durch die Synchronisation kommt ja noch irgendwas zustande klar, klar, aber ja weniger klar, wie ja weniger, dass der letzte äh, 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 berückte, berückte dass da jetzt noch irgendwas zustande kommt vielleicht, äh, äh, Fragezeichen noch natürlich, dass wir eigentlich hier relativ überall in der Nähe waren glaube ich gar nicht, dass da jetzt noch irgendwas dazu kommen wird auch wo jenen und das haben wir da in der Nähe noch das andere Folge zeigen, das ist mit dem los umzäglich sich das denn jetzt wird das wahrscheinlich wieder irgendwas, äh, äh, was so klar was, das ist was jo, verpiss dich mhm, der Bär hier werden sie besonders wachsam sein wie ist der Bär, das heißt, ja, oder was da, ja, da, schnapp er alter, der Bär ist das fast hier oh ne shit ich kann ja irgendwo mal wieder aktivieren hm, 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 hm so, jetzt kommt sie ja der, äh, mit Feuer auch noch, na sicher, die Leute wollen es immer mit Feuer oh, süß ha einmal kurz bitte alle weg, dankeschön einer weniger so, zwei weniger gleichzeitig geil oh, ich meine zack, zack, zack oh, meisterklingel oh, ne beginnt und, nützt ha, 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 ha h ah, oder bitte auf, äh wo, k Singles gut, wie ist man der zweite Schatz ist gut, wie ist man da, der zweite Schatz ist Und jetzt nochmal auf 8 gehen, ob es da noch eine Eroberung gibt oder nicht. Wäre interessant zu wissen. Dann mal rauf mit uns und synchronisiert sie hier. Muss ich ganz ehrlich sagen, war ein bisschen langweiliges Gebiet. Okay, man hat viele Dinger, man hat viele Banditenlagern und Militärlagern und das alles gut gehabt. Das ist halt auch eine Tiefschnellfahrt, wenn man nur das hat. Haben wir alles. Ja, dann werden wir sie natürlich für die Verteidigungsarmee, für den Staat Malis. Schließt dich Athen an und den Staat Malis zu... Nee, wir wollen eigentlich... Schließt dich Sparta an. Ja, wir wollen eigentlich Sparta, dass die Spartaner da gewinnen. Dass das Spartaner Bereich ist. Wie ist mir egal, ob der dann schwerer ist. Passt. Na, wie kommen wir da weh? Da ist wohl da, ja, da weh. Haben wir kleinen Roadtrip noch von uns?